So, Neues von der ehemaligen Flüchtlingskrise, also gibt die Flüchtlingskrise ja schon noch, aber wir haben die ja, das haben sie mitgekriegt, outgesourced. Seit Montag ist das EU-Abkommen mit der Türkei offiziell in Kraft. Läuft super, ja, ja. Tatsächlich kommen zu uns nach Deutschland kaum noch Flüchtlinge. Vielleicht hilft das ja zumindest, einen Teil der Vorurteile gegen Migranten abzubauen, die es gibt bei uns. Manche Deutsche glauben ja immer noch, die kriegen hier Begrüßungsgeld. Und soweit ich weiß, sollen die mit 2000 Euro Begrüßungsgeld. Und wo haben Sie diese Informationen hier? Um Internet. Im Internet, okay. Und wo? Bei mir zu Hause. Quellenangabe zu Hause. Man kann keiner Quelle mehr trauen, nicht mal dem Internet. Ja, aber gut, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, zum EU-Türkei-Abkommen. Jetzt spielen wir also offiziell Menschenschach. Da kommen jetzt Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland, dürfen da kurz irgendeinen Antrag stellen und dann geht es ruckzuck zurück in die Türkei. Sind die Türken denn vorbereitet auf den ganzen Andrang? In Dikili, wohin die ersten 500 abgelehnten Asylbewerber abgeschoben werden, warteten am Wochenende gerade mal zwei Dixi-Klos auf grünem Rasen. Mit anderen Worten, läuft. Und damit meine ich nicht die Vorbereitung. Da werden jetzt wirklich so arme Menschen wahrscheinlich in einer Tour hin und her geschippert zwischen dem türkischen Dikili und Lesbos. Ja, denen musst du eigentlich eine Pendlerpauschale zahlen, natürlich. Ja, wir Deutschen haben jetzt einfach mal beschlossen, dass die Türkei ein sicheres Land ist. Obwohl Amnesty International seit Wochen immer wieder dokumentiert, dass die Türken Syrer abschieben und zwar zurück nach Syrien, auch Kinder, ins Kriegsgebiet. Und wir als EU machen da mit? Hat denn keiner mehr irgendwelche Skrupel? Skrupel auch im griechischen Parlament. Deshalb wird im neuen Asylgesetz die Türkei nicht als sicherer Drittstaat anerkannt, aber so behandelt. Ach so, ja, das ist doch mal ein schöner Kompromiss, mit dem alle leben können. Also außer die Syrer jetzt, ne? Realpolitik nennt man das übrigens. Und ich meine, klar, irgendwo musst du die Flüchtlinge ja hinschieben. In der gesamten Region gibt es ja mit der Ausnahme Israels kein einziges Land, das wir als vollgültige Demokratie und als vollgültigen Rechtsstaat bezeichnen könnten. Dann könnten wir ja diese Flüchtlingsfrage mit niemandem besprechen. Ja, wo sollen wir sie denn hinbringen? Nach Nordkorea? Das ist zu weit, ne? Ja, über sowas könnte man sich mal aufregen. Aber Deutschland diskutiert ja lieber die spannende Frage, was darf Satire? Alles. Ende.